Hi. Bevor es losgeht ein Hinweis. Lorraine erzählt gleich unter anderem davon, wie sie sich mit Rasierklingen selbst verletzt hat. Wenn dich dieses Thema triggern könnte, dann schau diesen Film heute lieber nicht. Okay? Gut. Als Lorraine 19 war, empfahl ihre damalige Psychologin ihr, sich in eine Suchtklinik einweisen zu lassen. Denn damals schon war Lorraine mit ihrem Alkoholkonsum im roten Bereich. Lorraine hat das dann gemacht mit der Klinik. Aber eigentlich erschien ihr der Aufenthalt absurd. Mit 19 Jahren sollte sie schon Alkoholikerin sein? Nee, das ging nicht in ihren Kopf. Dazu war sie wirklich noch zu jung in ihren Augen. Nach zwei Wochen ist sie dann aus der Klinik geflogen, weil sie getrunken hat. Sie hätte damals die Möglichkeit gehabt, sechs Wochen später wiederzukommen, aber diese Möglichkeit hat sie nicht wahrgenommen. Sie dachte sich, ist halt so. Ich trinke jetzt einfach weiter. Es dauerte dann noch ein paar Jahre, bis Lorraine verstand, dass ihre Psychologin recht hatte. Ich bin Lorraine, bin 23 Jahre alt, komme aus Hagen und arbeite als großen Außenhaltskauffrau und mache nebenbei noch meine Abendschule. Wie hast du getrunken? Ich habe in den letzten ein, zwei Jahren regelmäßig getrunken, fast täglich. Das ging so ab, dass ich nach der Arbeit eigentlich direkt zum Supermarkt gefahren bin, wenn ich nichts mehr zu Hause hatte und habe dann direkt getrunken. Oder bin auf dem Weg zur Abendschule, dass ich während der Fahrt auch ein Bier oder sowas getrunken habe. Wie ist Alkohol für dich zum Problem geworden? Ich glaube, dass Alkohol für mich eigentlich schon immer ein Problem war, weil ich nie gelernt habe, eine Grenze zu setzen. Und habe eigentlich immer, bis ich wirklich richtig betrunken war, getrunken. Und für mich war das nie so, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt nur ein Bier trinken oder zwei Bier, dass ich danach aufhöre. Sondern dann war für mich auch klar, dass ich, wenn ich mit Freunden unterwegs war und ich da nur ein Bier getrunken habe, dass ich dann zu Hause für mich weiter alleine trinke. Ich habe mit 15 angefangen, das erste Mal zu trinken. Und ab da war das dann, dass ich jedes Wochenende betrunken auch nach Hause gekommen bin. Und irgendwann ging das dann auch rüber, dass ich in der Woche getrunken habe. Ich habe eigentlich immer getrunken, egal was ich quasi gemacht habe. Egal, ob ich zu Hause aufgeräumt habe, ob ich duschen war, das sogenannte Duschbier oder ein Duschwein. Wenn ich mich fertig gemacht habe für irgendwelche Feiern, dass ich vor dem Vortrinken für mich selber schon vorgetrunken habe. Beim Lernen, beim Aufräumen, also da war eigentlich immer Alkohol mit bei. Es gab Tage, wo ich nüchtern war und wo ich für mich selber auch gesagt habe, okay, jetzt versuche ich mal einen ganzen Monat ohne Alkohol zu sein. Aber das Problem war danach immer, dass ich immer auf diesen Ende des Monats hingearbeitet habe und immer gedacht habe, okay, jetzt habe ich fast einen Monat rum. Und danach ist das meistens immer noch eskalativer geworden als vorher, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt ganz viel nachholen. Ich habe früher sehr viele Panikantakten bekommen, auch gerade, wenn ich betrunken war, dass ich mich da sehr viel mehr reingesteigert habe. Und habe mich früher sehr oft selbst verletzt, was denn der Alkohol, der hat das halt auch getriggert. Ich hatte früher sehr viel Selbsthass in mir. Also ich habe mich im Spiegel angeguckt und die Person, die ich da gesehen habe, habe ich eigentlich voller Hass angeschaut. Und für mich war die Selbstverletzung quasi eine Bestrafung und eine Art, um Druck abzulassen. Und der Alkohol hat mir dabei geholfen, meine Gefühle noch weiter zu verdrängen. Und irgendwann ist das dann übergeschwappt, dass ich die ganzen Gefühle, die ich so lange verdrängt habe, dass das durch den Alkohol hochgekommen ist und einfach viel stärker hervorkam. Wenn ich eine Panikantacke bekommen habe, habe ich angefangen, hyper zu ventilieren. Ich habe gezittert. Ich bin teilweise zusammengebrochen. Meistens saß ich auf der Couch oder auf dem Bett und wenn der Druck so groß war, habe ich mich halt mit Rasierklingen aufgeschnitten an den Armen, an den Beinen. Und bin dann schlussendlich irgendwann zusammengebrochen. Also es gab auch mal eine Situation, da kam ich betrunken nach Hause. Da habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt und war auch super hasserfüllt in dem Moment und habe mich dann geschnitten und habe angefangen zu hyperventilieren. Und meine Mama hat das damals mitbekommen und ist dann hochgekommen und hat dann ihre Tochter gesehen mit den Taschentüchern voller Blut am hyperventilieren und den Alkohol daneben. Warum wolltest du aufhören zu trinken? Ich wusste, dass ich, wenn ich so weitermache, irgendwann so tief bin, dass ich irgendwann richtig abstürzen werde und die Probleme, die ich selber habe, mit Alkohol einfach nicht lösen kann. Und dass der Alkohol einfach ein Problem ist. Ich habe für mich selber den Entschluss gefasst, ich wusste quasi schon ein Jahr, bevor ich nüchtern wurde, dass ich definitiv ein Alkoholproblem habe. Und habe mich damit auseinandergesetzt. Ich habe Nathalies Podcast gehört, ich habe ihr Buch gelesen, ihre YouTube-Videos gesehen. Und sie hat mir in dem Moment sehr viel Mut gemacht und mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht alleine bin. Obwohl ich auch sagen muss, dass am Anfang mich das sehr beängstigt hat, gerade weil ich gedacht habe, okay, was machst du, wenn du auf Feiern bist, wenn du Silvester feierst, wenn du Weihnachten mit deiner Familie verbringst, wenn du auf Geburtstagen bist. Dass ich einfach da stehe und sage, okay, ich trinke nicht. Warum trinkst du nicht? Mich zu rechtfertigen. Und in dem Moment habe ich die Angst quasi weggetrunken und irgendwann dachte ich mir, ich kann nicht mehr davon weglaufen. Ich muss mich der Angst stellen und ich muss mich meinen Problemen stellen. Wie bist du abstinent geworden? An einem Tag bin ich aufgewacht und habe gesagt, heute werde ich mein letztes Bier trinken und danach werde ich versuchen, den nüchternen Weg zu gehen. Und habe, bevor ich zur Abendschule gefahren bin, nochmal Bier geholt und habe mich mit zwei KlassenkameradInnen auf dem Parkplatz getroffen und habe mit denen zusammen mein letztes Bier getrunken. Und für mich war klar, als ich das angesetzt habe, dass das der Moment ist, wo ich sage, das war es jetzt. Was machst du heute, wenn dieser Druck kommt? Ich versuche erstmal selber in mich hineinzuspüren, warum ich jetzt gerade diesen Druck verspüre, was der Trägerpunkt ist. Und versuche mich dann abzulenken mit Sport. Ich gehe spazieren, ich höre Musik, rede mit Freunden in der Akutsituation darüber, dass ich einfach darüber spreche, was mich in dem Moment belastet. Der Sport nimmt mir in dem Moment halt auch den Druck, wenn ich verspüre oder den Drang habe, mich selbst zu verletzen. Das nimmt mir einfach den Druck daraus. Und zuletzt habe ich mich, Gott sei Dank, vor anderthalb Jahren das letzte Mal selber verletzt. Mittlerweile habe ich überhaupt gar kein Problem mehr, auf irgendwelchen Feiern oder Geburtstagen oder Partys zu gehen und betrunkene Leute um mich herum zu haben. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem mehr. Das ist für mich, wenn der Punkt eintritt, dass die Menschen zubedrungen werden, wo der Punkt einfach kippt, ist für mich klar, dass ich dann halt einfach nach Hause fahre. Und ich bin auch froh darüber, dass ich dann sagen kann, okay, ich bin nüchtern und ich kann jetzt einfach selber entscheiden, wann ich nach Hause fahre und wann nicht, wie lange ich bleibe. Manchmal tritt noch die Situation auf, dass ich zu Hause alleine bin und gewisse Sachen in mir hochkommen, dass ich dann ganz kurz an dem Moment denke, okay, jetzt trink doch einfach, um das zu vergessen oder um das Gefühl einfach nicht spüren zu müssen und das zu ertränken. Da meldet sich dann einmal kurz die Suchtstimme und ich weiß aber, dass ich schnell dagegen vorgehen kann, die Widerleise zu bekommen. Was sind deine größten Aha-Erlebnisse? Ich war letztens mit einer Freundin im Kino zum Beispiel. Da habe ich angefangen, bei dem Kinofilm zu weinen, weil mich das so sehr berührt hat. Und früher hätte mich das überhaupt gar nicht interessiert, weil ich da halt einfach wahrscheinlich angetrunken oder betrunken gewesen wäre. Und ich hätte das gesehen und gedacht, ja, okay, ist jetzt halt einfach so. Und es gibt ganz, ganz viele Momente, wo ich einfach denke, boah, das ist so krass, was ich fühle. Und es ist schön zu fühlen, selbst der Schmerz, den ich dann spüre. Ich spüre mich endlich wieder selber. Was sagen deine Eltern heute? Die sind sehr stolz auf mich und geben mir auch Rückmeldungen, wie ich mich in der letzten Zeit einfach verändert habe, natürlich sehr, sehr ins Positive. Ich habe selber das Gefühl, dass die Beziehung dadurch zu meinen Eltern generell und zu Freunden intensiver geworden ist. Wie lautet dein bester Tipp für alle, die aufhören wollen? Dass man sich mit dem Thema auf jeden Fall auseinandersetzt und vielleicht auch hinter die Fassade guckt, wo eigentlich das Problem ist, um das zu lösen. Und der Alkohol, dass man erkennt, dass der Alkohol eigentlich der Trägerpunkt in dem Ganzen ist. Ich sehe die Angst als Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, wenn man sich der stellt. Und in den meisten Fällen ist es halt überhaupt gar nicht so schlimm, wie man sich das im Endeffekt einfach ausmalt. Und man wächst mit jedem Schritt, den man macht, wenn man sich der Angst stellt. Ich verlinke dir Lorens Instagram-Kanal in der Videobeschreibung. Und ich verlinke dir dort auch eine sehr gute Podcast-Folge zum Thema Selbstverletzung. Bitte gib Loren einen Daumen hoch und abonniere gern diesen Kanal hier. Hier gibt es jede Woche Videos zu den Themen Alkohol, Alkoholabhängigkeit und Abstinenz. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis dann. Tschüss.